Eine Möglichkeit, Maschen rechts geneigt abzunehmen, ist es, zwei gleichzeitig abzunehmen. Um zwei Maschen gleichzeitig rechts abzunehmen, werden alle Maschen bis zu den letzten drei Maschen rechts gestrickt. Ist man bei den drei letzten Maschen angekommen, werden alle drei Maschen wie zum Rechtsstricken rechts abgestrickt. Dabei muss die Nadel durch alle drei Maschen gleichzeitig durchgeführt werden. In der Rückreihe werden alle Maschen links gestrickt. Musik 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 Musik